Du gehst jetzt zu Hause, Schelz, und bestellst den Huckelkuchen. Eins. Da darf nichts schiefgehen. Bei Tradition geht leicht was schief. Zwei. Mach nicht solche Witze. Für mich ist das eine sehr wichtige Sache. Drei. Ach, das hätten Sie trocknen lassen sollen. Nun reiben Sie es erst rein, da muss das Jackett in die Reihen jungen. Ich hab meine Reinigung zu Hause. Zu Hause? Meine Frau kriegt das schon wieder hin. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Das wissen Sie doch. Ich hab's gewusst. Eine Frau setzt immer mir einen Kopf durch. Na, du bringst ihm ja schöne Lehren bei, Papa. Du bist grausam. Du machst dir darüber natürlich keine Kopfschmerzen. Paul? Nun sag ich mal was Nettes. Und da schläft er ein. Wie? Das finde ich auch wieder nach.